Hallöchen meine lieb Freunde und willkommen zu einer kleinen Runde Deathrun mit dem Meister Steini Hallö Und zum 500. Anlauf Wenn ich diesen Anlauf nicht mache, dann, keine Ahnung, kann ich mich aufhängen oder so Das ist ernsthaft, irgendwie der 10. Anlauf den ich jetzt schon probiere Ich hab irgendwie 7 mal Bad Wars versucht aufzunehmen 3 mal Deathrun Nichts hat einfach mir geklappt Einfach nichts So, ich hoffe mal Ihr kriegt kein Augenkrebs davon, weil ich spiele gerade nur mit 30 FPS Natürlich geil Kann man schon ein bisschen Augenkrebs kriegen, aber ich hoffe, ihr packt das Hä? Kann schon laufen LOL Pack hoch 30 hoch 30 hoch 30 Pack hoch 30 Alter, ist das ne neue Map, die ich nicht kenne? Oh lord What the Du bist einfach dumm Lord What the fuck, wie bin ich gerade gestorben? What the fuck, den kenn ich gar nicht Hust du, der kennt der Bruder wieder im Hintergrund Nein Wieso? Nein Nein Der, der fennst gerade Nooo Wer ist er denn? Nicht ganz schlecht Mein Bruder? Der ist, äh, sie Alter Der ist sieben Glaub ich Kann man durchmachen Nein Nene, der pennt Pennt wie ein Schaf Ja So, ich bin gerade Nicht so Gut In Jump & Run Aber Ich hoffe, man kriegt kein Augenkrebs davon Oh Gott Oh Gott Rage Motto 10, Alter Kleine, die Blöcke doch schneller Nein Kopfschau, 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 Kopfschau Gott Alter, was ist das denn für ne Map? Was ist das denn sonst auch Oh what the fuck? Alter Ich check gar nichts auf dieser Map Ich galt noch zwei Herzen... Geil Latigo... ...irkt man sagen ... Alter Und da bleibt jemand... Uuhhhh Mann, ich... ich krieg hier hinten Welche Aggressionen? Aber was ist das für eine Map? Ich habe glaube ich alle Teams auf eins ausgeschaltet, das eine Team lebt halt noch. Toll, bei dir. Und der hat halt das ganze Gold jetzt. Ja. Und ich bin, lol, ich bin noch dritter geworden. Alter, wie scheiße war ich denn mit schön und ich bin noch dritter geworden. Lol, hier ist ein Typ, it's fresh. It's fresh, fresh, exciting. Und der ist letzter, halt. Nicht die Scheiße. Oh, Mist, get me right. Oh, ich habe mir das Gold gesetzt. Geilo. Ich schade die ganze Zeit nur Explosionen. Bei mir explodiert aber nichts. Ah ne, das ist bei mir. Geilo. Und ich bin... Oh, der, der, der in Burg. Oh, ich bin noch da gefallen. Und ich bin dritter geworden. Äh. Obwohl ich richtig scheiße war. Geil. Geilo. Das ist mein Skin. Geil auch. Bisschen Kacke, aber... Passt schon. Bisschen Kacke. So, das war's mit der Runde Augenkrebs. Mit Steini. Äh. Öh. 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 Auf jeden Fall, der cool war ein Daumen hoch. Und... Ja. Sehen wir's glaube ich bei der Silvesteranspruch von der kleinen von mir. Lol. Ganz viele Daumen hoch. Ganz viele Daumen hoch. ich pack die zwei kanäle applesauce und steini bei mir unten rein in die bio wenn ich sie haben die games und applesauce der gemütet ist keine ahnung warum jetzt jetzt gehen doof jetzt gehen dumm jetzt gehen scheiße alles wenn ich mich schlagen dafür dass das gesagt habe aber jolo ok dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute bleibt geil und tschau tschüss